25. Januar, 8 Uhr morgens. Die Schulbusse sind gestorbt, die Straßen sind verschneit und ja, so sieht es bei uns jetzt zur Zeit aus. Meine Schneemaschine, ein bisschen unter dem Schnee, eingefroren. Gestern waren es 0 Grad und heute minus 9. Ich werde den Benjamin mit dem Jeep zur Schule bringen. Der Turbo freut sich über den Schnee. Ja, und soll nordwestlicher Wind sein heute und dann kriegen wir viel Schneewehen. Ein Schnurrmobil. Na dann mal ran an die Sache hier. Mit dem Schneefeger. Auf unserem Dach liegt auch schon ein bisschen Schnee. Benjamins Trampolin. Ich glaube, da müssen wir wohl auch heute den Schnee runterholen. Okay, an die Arbeit. Ich glaube, da müssen wir auch heute den Schnee runterholen. Tobias, wir kommen. Ich glaube, da müssen wir auch heute den Schnee runterholen. Ich glaube, da müssen wir alles an allen. Wir kommen. Wir kommen.